Oh Gott, ich bin zu müde und zu müchtern für diese Sache. Ich bin zu müde und zu müchtern. Wir sind alle müthend. Sind wir nicht alle ein bisschen bluner? Ich drücke mal auf den Knöbel. Shalom, meine Freunde. Pochtwein hast du jetzt verschüttet. Ein bisschen. Dann hast du das Falsche reingemischt. Was? Nicht wahr. Doch. So, sieht doch schon mal besser aus. Okay, ich bin breit. Herzlich willkommen zur Plauderstunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben uns hier zusammengefunden, um über ein Thema zu sprechen. Eigentlich haben wir heute eine Plauderstunde. Habt ihr ja jetzt schon am Intro mitbekommen. Wir haben uns null vorbereitet. Mir hört man an der Stimme an, dass ich auch nicht ganz fit bin. Flo ist müde. Karol ist müthend. Was weiß ich. Wir müssen ja heute eigentlich was machen. Wenn ich so auf das Erscheinungsdatum der Erfolge schaue. Was denn? Wie, was? Wir haben uns wunderbar vorbereitet. 22 Jahr 2023. Nee, fuck. Nein, das ist ja nicht das Erscheinungsdatum. Fuck. Ah, wieder in die Pfeile gegangen. Damn. Ist das jetzt 300 oder was? Nein. Doch. Nein. Nein. 300 ist das doch noch lange nicht. Nee, ne? Ne? Nee, aber wir können ja mal was zum ersten Mal machen. Hä? Äh. Ja, eigentlich nicht zum ersten Mal. Hä? Improvisieren? Das machen wir ständig? Das stimmt. Oder wie es Bobo schreibt im Chat. Ja, ihr bereitet euch sonst vor. Hä? Wer ist das? Hä? Was machen wir hier? Alter, Elias. Ja? Sei doch nicht so kryptisch jetzt. Komm, hau raus hier. Ja, ich könnte einfach mal Flo fragen. Sag mal, wo hast denn du studiert? Oder Bobo studierst denn du gerade? Alter, ich studiere in der School of Life, ey. Was willst du? Ach so. An der UDS. Ja. Ich frage das Flo gerade, weil wir gefragt worden sind von der Universität des Saarlandes, unsere Studiengänge vorzustellen. Oder überhaupt die Studiengänge der Philosophischen Fakultät. Das heißt nämlich die Studiengänge aus dem Bereich Geschichte und Kultur. Das ist nicht die ganze Filphack, aber ein paar davon. Es sind nämlich über 20 Fächer, die wir hier an der UDS anbieten können, die wir wählen können. Und drei von Historie Universales haben das ja auch studiert, beziehungsweise studieren das immer noch. Ich weiß nicht, Flo, möchtest du einmal ganz kurz erzählen, was du studiert hast an der UDS? Ich habe an der UDS im Bachelor im Hauptfach Geschichte und im Nebenfach Englisch studiert. Sowie den damals noch gloriosen Optionalbereich. Das bedeutet, man hat eben das Hauptfach, ist klar, das Nebenfach ist klar, der Optionalbereich war so ein bisschen gefördert. Blick über den Tellerrand. Das heißt, man hat mal Kurse gemacht, die weder mit dem einen noch mit dem anderen Fach zu tun haben. Zum Beispiel Computer Gaming Studies damals. Und derzeit studiere ich im Master Geschichte in europäischer Perspektive. Das ist also Geschichte im Kernbereich. Da darfst du dann keinen Optionalbereich mehr dazu wählen. Genau, und auch kein Nebenfach. Das ist also wirklich Geschichte geballt. Jetzt ist Viktoria nicht da. Das ist natürlich ein bisschen schade. Weil, oder Karol, weißt du, was Viktoria studiert? Ich glaube, da ist auch irgendwas mit, ist da auch nicht, ist da irgendwie, also warum hat sie denn eigentlich diesen Teilbereich Archäologie mit dabei gehabt? Nee, ich weiß es nicht genau. Sie studiert historisch orientierte Kulturwissenschaften. Ja. Ah, klingt spannend. Das ist, manche würden es nennen, ein ziemlicher Querschnitt, manche, ja, also, man muss es mögen, sage ich ganz ehrlich. Also, es ist alles und nichts. Das ist so ein typisch, also, ich meine, das sind ja natürlich alle Fächer. Typisches KUWI-Fach, typisches KUWI-Alles und Nichts, ja, ja. Die, die wir studieren. Was konntest du damit dann machen, wenn du fertig bist mit Studierungen? Alles und nichts. Die machen halt wirklich von allem ein bisschen was, von Geschichte, von Mediengeschichte, über Kunstgeschichte, über Literaturgeschichte, alles Mögliche. Nee, das ist schon. Wir kennen den Studiengang, ja, die studieren mit uns. Eben, sitzen mit uns in den Kursen und ein großer Teil meiner alten Freunde aus dem Bachelorstudium oder beziehungsweise noch aus der Schule. Die meisten meiner ehemaligen Abi-Kameraden haben irgendwie, die mit mir an der UDS waren, hochstudiert. Die sind alle irgendwie so im Kultur-Marketing-Bereich untergekommen. Weil du hast halt, wie gesagt, diesen breiten Überblick über die Kultur. Natürlich, klar, kritisch kann man jetzt sagen, du gehst halt bei nirgendwo wirklich bei keinem dieser Teilbereiche wirklich tief rein. Es sei denn aus Eigeninitiative. Das Studium erfordert es nicht von dir. Aber dadurch, dass du halt diesen Querschnitt hast, sind, also dieses Studium ist generell sehr auf Synergien und ja, auf eben die Verknüpfung verschiedener Fächer und Teilbereiche ausgelegt. Ja, aber ich meine, das sind fast alle oder eigentlich alle dieser Studiengänge, die man dort studieren kann, fallen und wachsen. Wie kann man das sagen? Stehen und fallen, was weiß ich. Damit, was du selbst investierst. Das ist ganz klar. Du musst es wollen. Das ist bei jedem Studium so, ja. Ja, ich glaube, es gibt mehr und es gibt weniger. Ich glaube, wenn du BWL so machst, wie es das Studium vorsieht, dann kannst du danach auch einen ganz guten Job finden. Aber das kann sein, dass das Stereotyp von mir ist oder Vorurteile. Ja, wahrscheinlich. Ist halt nicht Fakultät P. Genau. Aber was ich mal jetzt ganz kurz aufzählen kann. Also wie gesagt, ich mochte unsere Universität. Sie hat mir unglaublich viel gegeben von Möglichkeiten. Ich bin jetzt auch aufgrund dieser Freiheiten da, wo ich jetzt bin und aufgrund des Lehrpersonals. Dementsprechend mache ich diese Werbung so offen ganz, ganz gerne. Ja, und gut, ich arbeite auch da. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Was kann man denn mit so einem geisteswissenschaftlichen Studien im Bereich der Geschichte oder der Kultur oder eben QWI, was kann man denn dann später machen? Das ist ja wirklich die Frage, die jeder stellt. Alle so, ja, was kannst du denn damit machen? Was kann man denn, was, wie? Vielleicht gebe ich dir aber erstmal, was überhaupt an Studiengängen möglich ist und dann kann man daraus ja so ein bisschen dann aufbauen. Also von alphabetisch von A nach P ist ja ganz witzig. Wir haben einen Studiengang an der UDS, der immer sehr gut, da gibt es sehr, sehr viele Einschreibzahlen. Das ist Altertumswissenschaften. Ja. Dreimal darfst du raten, warum? Weiß nicht. Weil es mit A anfängt und weil er einschreibungsfrei ist. Das ist kein Nummer aus Klausus und ja. Ah, ja. Also genau, Altertumswissenschaften, Archäologie. Die Archäologie ist ja ein Teil der Altertumswissenschaften, aber man kann es auch alleine studieren. Dann, es ist relativ neu. Okay, das konnte man zu der Zeit, als Flo und ich angefangen haben, noch nicht studieren. Das ist Europawissenschaften. Ja. Die Neuzeitgeschichte. Mhm. Ganz, ganz klassisch, aber auch die evangelische Theologie. Dann das, was wir studiert haben, also Geschichte und Geschichtswissenschaften. Diese Unterscheidung hängt so ein bisschen damit ab, ob man noch ein Nebenfach hat. Also ich bin Geschichtswissenschaften aus dem Studiengang. Das heißt, ich hatte kein Nebenfach mehr. Ich hatte am Anfang auch nur Geschichte, also nur Geschichte klingt falsch, also Geschichte studiert, dann braucht man noch ein Nebenfach. Die Flo, das hatte, beziehungsweise, ja. Wenn man dann Geschichtswissenschaften studiert, dann macht man hauptsächlich nur Geschichte. Man muss ein paar Sachen machen, über den Tellerrand hin hinaus schauen, aber das ist super interessant. Dann kommt Hock, also historisch orientierte Kulturwissenschaften, die katholische Theologie, Kunst- und Bildwissenschaften, lateinische Philologie, Musikmanagement. Das finde ich auch mal sehr interessant, wenn man das so liest. Die katholische Theologie, Kunst- und Bildwissenschaften, lateinische Philologie, Musikmanagement, klingt irgendwie wie so eine Linie. Musikwissenschaft und die Philosophie. Das sind die Bachelorstudiengänge und im Master haben wir dann Altertumswissenschaften, die angewandte Kulturwissenschaften, Geschichte, Geschichtswissenschaften in europäischer Perspektive, historisch orientierte Kulturwissenschaften, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Philosophie und Religion in Europa. Auch ein Masterstudiengang. Und was man damit machen kann, fragtest du. Das ist nicht einfach zu beantworten, weil es gibt nicht die Antwort, die du studierst Jura und dann wirst du halt Anwalt. So einfach ist es nicht. Das ist alles und nichts. Du kannst in alle Bereiche gehen. Also ich meine, als Historiker, du kannst in den musealen Bereich gehen. Du kannst in den Bildungsbereich allgemein gehen natürlich. Du kannst in öffentliche Behörden gehen, Denkmalschutz etc. Du kannst aber auch was völlig anderes machen. Du kannst in den Journalismus gehen. Du kannst ins Lektorat gehen. Oh Gott, du kannst alles möglich machen. Im Ausland ist es teilweise sogar noch krasser. Also in Großbritannien kannst du als Historiker teilweise auch völlig vom Fach losgelöste Jobs bekommen. Ja, kannst du hier zum Teil auch. Der Vorteil ist halt bei uns Historikern, sage ich jetzt mal, ohne angeben zu wollen. Es ist teilweise auch manchmal ein bisschen anstrengend und nervig. Aber wir lernen halt vor allem, man mag es uns nicht anmerken, wenn wir dann hier in unserer Freizeit Podcast machen, aber Genauigkeit und Präzision und halt eben wirklich mit einem sehr strengen wissenschaftlichen Überbau quasi Geschichte zu erforschen. In Deutschland teilweise sogar noch strenger als in manch anderem Land. Also was Flo sagt, würde ich zusammenfassen unter in Themen einarbeiten. Ja, das haben wir ja schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Recherche wurde gerade schon im Chat erwähnt. Es gibt kaum jemand, der so gut recherchieren kann wie Historiker. Vor allem die quasi, die bekommen ihre Geduld schon im Studium antrainiert oder ihren Willen gebrochen, je nachdem, wie man es sieht. Also es ist völlig üblich, dass man sich teilweise drei, vier, fünf Stunden in einem Archiv vergräbt, nur um einen Halbsatz zu recherchieren. Ja, okay, okay. Den man dann für eine Fußnote braucht. Eine von ungefähr zehn auf einer Seite von einer Arbeit oder so. Also das kann teilweise wirklich ausatmen. Also ich habe zum Beispiel letztens auch eine ganze Woche jeden Tag drei bis fünf Stunden, eher länger, in der IB verbracht, um einfach nur Versteigerungsverzeichnisse durchzuarbeiten von diesen Nationalgüternverkäufen, die ich schon mal angesprochen habe. Und die abzuschreiben, damit ich sie halt vor Ort habe, weil das Buch halt nicht ausleihbar ist, aber ich das Zeug halt nicht jedes Mal nachschlagen will, digitalisiert gibt es das nicht. So was machst du da halt teilweise auch. Kannst ins Archivwesen gehen, kannst in Bibliotheken arbeiten durchaus mit einer Zusatzausbildung oder mit entsprechenden Praktika unterm Gürtel. Also es gibt da sehr vieles. Archäologie darf man sich halt zum Beispiel, da habe ich gerade letztens im Stern, meine ich, oder irgendwo in einem von diesen großen einschlägigen Papieren machen sie gerade. Stern oder Spiegel macht eine Serie zu Studienfächern und da war quasi die Überschrift wieder so nach dem Motto Archäologie spannend, aber keiner darf denken, dass das jetzt irgendwie Indiana Jones mäßig läuft. Also bei Archäologie ist es halt so, du lernst leider Gottes vor allem die klassische Archäologie nur in Anführungsstrichen. Das heißt, es ist viel mit Keramikkunde, mit eben dieser quasi der Datierung von verschiedenen Artefakten anhand ihrer spezifischen kulturellen Eigenschaften etc. Es besteht viel aus Grabungspraktika, die sauspannend sind. Also wir haben ja ein paar Bekannte im Freundeskreis, die Archäologie studiert haben und da immer wieder erzählen konnten, wenn sie dann in der Türkei sind, wenn sie dann auch hier in der Gegend anfangen zu graben und was sie dazu machen. Hat man ja schon an der einen oder anderen Stelle mit Viktoria erörtert, wie das ist. Ja, also ich weiß nicht, wo ihr gerade in eurem Leben seid, aber wenn ihr euch überlegt, sowas zu studieren, da haben wir einen Link dann für euch unten in den Shownotes. Könnt ihr mal immer draufklicken und euch das anschauen. Es gibt ja Leute, die können da nicht draufklicken. Vielleicht sollte man denen wirklich einfach nochmal kurz ansagen. Ist das irgendwie noch zeitgemäß? Das könnt ihr gerne vorlesen. Das ist www.uni-saarland.de slash Geschichte und Kultur. Relativ einfach, würde ich mal behaupten. Ja, das ist ja nur wirklich, also wer das jetzt nicht findet. Ja und ich glaube Flo wird mit dazu stimmen. Sicherlich nicht die Ludwig-Maximilian-Universität in München. Aber ich habe auch schon an anderen großen Universitäten mit Leuten gesprochen. Der Vorteil einer kleinen Universität, abseits von so ein paar anderen Dingen, ist einfach die Sichtbarkeit. Man hat viel, viel, viel besseren Kontakt zu ProfessorInnen. Absolut. Also anders als in Frankreich, was ich aus eigener Erfahrung weiß, wo die Qualität an den kleinen Universitäten einfach viel schlechter ist als an den großen Universitäten. Das ist in Deutschland zum Glück nicht so krass der Fall, kann man in Deutschland auch sehr gut an einer etwas kleineren Universität studieren. Das ist nämlich genau das, was du gerade gesagt hast. Diese Familiarität auch nicht unbedingt nur mit den Professoren, sondern auch das Klima unter den Studenten ist unheimlich offen. Und dadurch, dass es auch nicht so eine überdimensioniert große Uni ist, beziehungsweise auch trotz der vielen Studiengänge unter einem Dach, nicht so von den Personenzahlen umfassende Studiengänge sind. Man knüpft Verbindungen, die teilweise auch über das Studienleben hinaus später fürs Berufsleben wichtig sind. Das Networking funktioniert ganz anders als an den meisten ganz großen Unis, wo man halt gerne mal in der Masse untergeht. Die Masse haben wir halt nicht. Aber wir haben trotzdem die Professoren mit den Connections an die richtigen Stellen. Wir haben trotzdem Studentinnen und Studenten, die viel rumgekommen sind und entsprechend eben auch über Beziehungen und Kontakte verfügen. Das heißt, das Networking, so sehr ich es hasse, ist an der UDS tatsächlich einfacher als an manch anderer. Dann würde ich aber sagen, können wir zu unserem eigentlichen Thema kommen. Na ja, Moment, da müssen wir jetzt hier kurz einen Abbinder abspielen, damit die Leute bemerken, dass wir hier schon durchaus einen kleinen, ganz, 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 ganz klein wenig Werbung gemacht haben. Und heute spricht für Sieber die Blumenwiese eine Gret von und zu. Kramp, Krachen. Ach nee, die gibt es nicht mehr. Ihr kommt aus dem Saarland, ich dachte. Keine Ahnung. Viel mit der Uni zu tun, aber da reden wir anderes mal drüber. Ja, 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 ja. Die Universität im Saarland, weil Isaac gerade fragt, ist, das kann ich fast genau sagen, die ist nach dem Krieg gegründet worden, war was, 48? Äh. War eine der ersten Europa-Universität. 75 Jahre feiern wir dieses Mal. Wir feiern dieses Jahr 75 Jahre UDS. Also 75 Jahre, ich kann es genau sagen, es steht in meiner E-Mail-Diktatur. Leute, das macht mich fertig, sag doch bitte nicht immer UDS, wirklich, ich habe immer sofort diesen Impuls zu sagen, SR, UDS, SR, bitte, nicht, nee, sag einfach Universität im Saarland, na UDS, SR. Ach so. Nee, nicht. Bei uns war das gerade schwer zu verstehen, weil unser Fernsehender SR heißt. Ich dachte gerade, warum sagst du UDS und dann SR? Ach so, auch noch. Ich habe mich verstanden. Ihr Saarland, ihr seid echt komisch, oh nein. Okay. Ja, die Universität des Saarlandes, die UDS, ja. Mhm, okay. Ja, und der SR macht manchmal auch Berichte drüber, dann ist es die UDS im SR. Ja. Okay, sehr schön. Nee, also warum wir uns heute hier eigentlich zusammengefunden haben. Äh. Können auch super beantworten. Nein, die Uni, die Uni Saarland ist nicht die einzige Universität im Saarland, sondern. Doch. Ja, aber das gibt ja auch noch. Eine Hochschule. Zwei, drei, drei Hochschulen. Genau. Und wir haben also die Medizin-Uni, gehört ja auch offiziell zur UDS. Also wir haben in Hamburg noch eine sehr große Medizin-Uni. Die anderen Sachen nennt sich zwar Hochschulen, aber es ist von der Qualität her schon so ähnlich wie eine Uni. Also wir haben die UDS als großes Deckmoloch, dann haben wir die HTW, die Hochschule für Technik und Wirtschaft. Wirtschaft und Wissenschaft. Genau, Entschuldigung. Ja, und die HFM, die Hochschule für Musik und die Hochschule für Bildende Kunst, das ist die HBK. Habe ich dann was vergessen? Bestimmt, aber. Birkenfeld liegt nicht mehr im Saarland. Nee, aber es gibt mit Birkenfeld tatsächlich Kooperationen. Birkenfeld ist biologie spezialisiert. Die arbeiten durchaus mit der Mikrobiologie von Saarbrücken zusammen. Ja. So, aber zurück, zurück, warum wir hier sind. Jetzt aber wirklich Schluss mit Werbung. Warum, warum, genau, warum sind wir zusammen? Ja, Entschuldigung. Ich war unterwegs. Ja, deswegen war ich ja letzte Woche auch im Stream nicht dabei. In der Aufnahme weiß ich nicht, wann die Aufnahme mit Flo kommt. War bestimmt spannend und gut. Welche Aufnahme? Flo. Hä? Ich weiß schon nicht. Ich habe eine Aufnahme gemacht. Ja, war ich in Marokko unterwegs. War passenderweise ungeplant, war passenderweise ungeplant noch meine Flitterwochen. Waren eine Woche lang in drei Städten unterwegs dort. Ja, und ich hatte den Stream davor noch beendet, so mit der Nachricht, ich bring euch irgendwas mit. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, wirklich zu filmen, also so eine Art Vlog zu machen. Und ich habe es nicht geschafft. Überhaupt nicht. Nicht mal ansatzweise. Ich glaube, es ist faulesau. Faulesau, jo. Es ist nichts entstanden. Außer viele Fotos, keine Frage. Im Stream sieht man auch gerade eins von mir, von hinten. Wie ich dort die Landschaftsbekunde mir anschaue. Begutachte. Begutachte, das war das Wort, was ich suchte. Man verzeihe mir heute Wortfindungsschwierigkeiten. Ich bin, der marokkanische Virus steckt noch in mir. Boah. Ja. Und ich habe festgestellt, dass das überhaupt nicht meins ist. Meine jetzt Frau machte das auch. Die hat ein Video aufgezeichnet. Da gibt es auch, glaube ich, ein 30 Minuten Video von unserer Reise. Könnt ihr nicht verstehen. Ist nicht auf Deutsch. Außer vielleicht zwei, drei Leute, die Russisch sprechen. Ja, also sie hat es geschafft, immer wieder die Videokamera, das Handy zu nehmen, sich zu filmen, was zu sagen und ihre Eindrücke zu schildern. Für mich war das einfach viel zu viel. Ich wollte einfach den Urlaub und die Reise genießen. Und das, was um mich herum ist. Von euch war noch keiner in Marokko, oder? Nope. Nee, aber lustigerweise, Susanne, schon und sie hat auch ein paar von den Orten und sie hat sogar den Verdacht, dass sie im selben Hotel war. Das bezweifle ich, glaube ich, wo, wo, weiß sie irgendwas? Gibt es da nur eins? Also in Welt, nee. Da gibt es sehr viele. Und die sehen alle ähnlich aus. Ja gut, deswegen kann es vielleicht gewesen sein. Aber sie war auf jeden Fall auch in, ich meine, in Fees. Ja. Und war sie auch irgendwo in Casablan? Ich weiß nicht. Also ich kann am Schluss noch was zu der Reise selber sagen. Aber davor eben meine Frage an euch. Wenn ihr auf Reisen geht. Also Marokko ist unglaublich dicht, was historische Monumente angeht, was historische Orte angeht. Es war einfach für mich schon an sich so viel Input, dass ich überhaupt nicht, ich wollte das halt wahrnehmen selber für mich. Ja. Und nicht dann noch die Kamera draufhalten. Ja, das hasse ich auch. Genau. Also erstmal, wie sind denn eure Empfindungen da? Könnt ihr das? Macht ihr den Unterschied zwischen Videoaufnahme und Fotos? Oder zum Beispiel, ich bin auch eigentlich selten einer, der bei Konzerten irgendwie draufhält oder so. Das finde ich auch ganz, ganz schrecklich. Einfach vielleicht da mal ein bisschen nach euren Wahrnehmungen zu reisen. Ja, Fragen. Willst du zuerst, Karol? Nö, Flöchen, mach mal. Ach so. Also ich werde nie vergessen, meinen Aufenthalt in London. Am Geburtstag der Queen war ich mit Freunden quasi gegenüber von Horse Guards. Hatte Glück, dass wir da echt einen Abschnitt erwischt haben, wo nicht so viele Leute standen, beziehungsweise eine Boy Scouts Gruppe tatsächlich für uns gestanden hat. Das heißt, die waren alle irgendwie so Pimpfe von 10, 11, 12 Jahren. Das heißt, die waren deutlich kleiner als ich. Die zwei, drei Freunde, also die drei Freunde, die dabei waren, waren alle deutlich kürzer gerade als ich. Die hatten irgendwie ein bisschen die Arschkarte gezogen. Ich habe genug gesehen. Was mich angekotzt hat, war damals, sobald irgendwie vorne was gezuckt hat, was irgendwie aussehen hat, als würde jetzt gleich die Action losgehen, sofort ein Wald von Selfie-Sticks. Selbst die ganzen Elfferien haben plötzlich diese ganzen scheiß Selfie-Sticks ausge... Ich hätte es am liebsten alle genommen, hätte es durchgeknickt, weil du siehst plötzlich nur noch Bildschirme. Und das habe ich gehasst, weil, ja, ich habe keine Bilder von dem Ereignis. Jedenfalls keine, die ich rumzeigen kann. Aber ich erinnere mich noch wirklich an das Ding. Und das macht es für mich viel wertvoller, als so ein beliebiges Bild. Also, mich hat das wirklich die ganze Zeit angefressen. Das war schon 2014 so krass, wie gesagt. Das Krasseste, was ich gesehen habe, war Changing of the Guards am Buckingham Palace. Und Leute haben teilweise Tablets hochgehalten. Große Apple-Tablets, um das Ding zu filmen. Und der allergeilste Typ war einer, der einfach einen Laptop hochgehalten hat, mit seiner eingebauten Webcam zu filmen. Ich habe mich beinahe gekugelt. Das war noch irgendwie amüsant. Und gleichzeitig musste ich wirklich den Kopf schütteln, weil ich mir dachte, the fuck, keiner guckt mehr sich selber Sachen an. Keiner guckt mehr und sieht irgendwie was. Weil es geht nur darum, ein Bild zu schießen, wo möglichst auch alles drauf ist, um zu sehen, ich war da. Aber so Details gehen dann ganz oft einem verloren oder werden übersehen. Und wie gesagt, es bekommt so was Beliebiges. Wenn ich da halt so ein Foto davon habe, schlimmerweise das so aussieht wie 25.000 Stockfotos, die ich mir im Internet angucken kann, dann finde ich das irgendwie nicht so geil. Aber naja, langer Rant, kurzer Sinn. Ja, also ich bin, ich glaube, das ist eine Altersfrage einerseits so, weil ich glaube, in jungen Jahren, naja, also, oder nee, 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 falsch formuliert, falsch formuliert. Nicht eine Altersfrage, sondern eine Generationenfrage. So ist richtig. In jungen Jahren, damals, früher, da gab es noch Telefax und solche Sachen, da habe ich relativ viel gefilmt, so mit Videokamera und so mit Shit. Und ich habe sogar unter Wasser bei Tauchgängen und so habe ich gefilmt. Und dann habe ich wirklich stundenlang irgendwelchen Kram gefilmt. Dann hat man das irgendwie auf dem Fernseher abgespielt für Leute, die sich das anschauen sollen. Und dann haben die sich 60 Minuten lang irgendwelche Unterwasser-Videos angeguckt, sind dabei eingeschlafen. Und du, also, ich habe irgendwann später gemerkt, vollkommener Quatsch. Also seit ich bin da irgendwie auch inzwischen raus und ich kann voll und ganz nachvollziehen, Elias, wie es dir gegangen ist. Und auch dir, Flo, wie es dir geht in diesen Momenten, weil es bringt schon ziemlich viel Energie weg, wenn man sich auf diesen Technikkram oder so oder darauf konzentriert, schöne Fotos oder Videos zu machen. Ich bin auch eher so der Typ, dass ich das versuchen möchte, ganz auf mich einwirken zu lassen und dann speichere ich das lieber in meinem Kopf. Ist natürlich ein bisschen schwierig, das dann anderen nahe zu bringen. Aber vielleicht gerade so ein Medium wie ein Podcast ist dafür natürlich ideal geeignet, weil man dann mit Worten versuchen kann, wiederzugeben, was man gesehen, was man erlebt, was man gerochen hat. Das ist eigentlich viel, viel spannender als so ein, ja, zweitimensionales Bild. Ja, ne? Ja, also das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und da bedenken wir eins, wir sehen, ganz interessant ist, kurzer Werbeblock für den Podcast Wie siehst du das, den ich mache. Musst du das auch in den Jingle? Nee, es geht dann nur ganz schnell. Da spreche ich mit einer, meine Mitpodcasterin ist blind und wir reden darüber, also ich als ahnungslose Frage, wie das so ist. Und wir haben auch über Reisen gesprochen und das ist total spannend, wie sie mir geschildert hat, dass sie einzelne Stadtteile in größeren Städten wirklich anhand der Gerüche sehr gut dann irgendwann identifizieren konnte, ohne dass sie wusste, wo sie eigentlich ist. Das ist total interessant. Also insofern diese ganzen Eindrücke ist schon, ich finde das deutlich wichtiger. Wobei ich da jetzt nur einschränkend sagen muss, also ich habe mir im letzten Jahr ein neues Handy gegönnt und seitdem habe ich eine wirklich gute Kamera. Also eine richtig, richtig gute Kamera. So mit Weitwinkel und so? Ja. Ja, sowas also, ne? Ich kann es dir ganz offen sagen, was ich habe. Ich meine, es gibt Apple, es gibt Samsung, ich habe halt ein Google Pixel. Achso, ich dachte ein Nokia. Okay, gut. Kleiner Scherz. Und ja, es macht dann auch schon Spaß, das, was ich sehe, wenn ich was Schönes sehe, das einzufangen. Wobei ich finde, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Fotografie und Video. Weil, insbesondere wenn es dann quasi in dieses berufliche Vloggen geht. Also ich meine, von vielen ist es wahrscheinlich der Traum, um die Welt zu reisen rundherum und einfach nur Video dabei zu machen und dafür Geld zu bekommen. Aber ich stelle mir das auch unglaublich anstrengend vor. Das ist richtig Arbeit. Gehst du etwa dann in die Schiene, wie diese Influencerin, die da vor kurzem gesagt hat, acht Stunden Arbeitstage sollten absolut Norm sein. Weil sie das ja auch so macht. Als Influencerin. Ich weiß nicht genau, auf was du anspielst. Ich war weg, keine Ahnung. Also, ja. Es ist so eine Sache. Also, ich finde so viel, ja. Soll ich vielleicht mal meinen Gedanken zuerst mal zu Ende bringen? Ja, mach das. Also, es schrieb auch Isa, es ist natürlich auch so eine gewisse Hobbyfrage. Es gibt natürlich Leute, die gerne fotografieren. Und ich hatte jetzt Spaß dabei, Sachen zu suchen, die ich fotografieren kann. Oder wenn ich was Schönes sehe, kurz Handy raus, einmal draufdrücken, um es einfach für mich zu speichern. Es ist aber interessant, dass das schon daran liegt, dass ich nun ein schönes Endprodukt habe. Also, dass ich mir diese Fotos gerne anschauen kann, weil sie eben sehr, sehr schön aussehen. Ich habe auch jetzt wenig Menschen fotografiert auf der offenen Straße, sondern ich könnte euch trölfzig Fotos von Türen zeigen, marokkanischen Türen, die alle so schön aussahen. Und dadurch, dass ich mir dann nochmal Zeit genommen habe, die zu fotografieren aus verschiedenen Winkeln, gewartet habe, bis die Leute weggehen, habe ich in meiner Wahrnehmung mir nochmal mehr Zeit genommen dafür. Aber ich habe nie dieses, ich gehe mit dem Handy vor dem Gesicht rum und gucke, was ich fotografiere, sondern ich habe das Handy weg, ich schaue mir etwas an, sehe etwas, mir gefällt es, ich hole das Handy, fotografiere es. Muss ich jetzt von meiner Person einfach schon einschränkt noch dazu sagen. Wobei natürlich bei der dann 30. Tür irgendwann, na doch, also dann reicht es dann auch irgendwann. Weil König Otto schrieb gerade, er hätte im Germanischen Nationalmuseum einmal jemanden gesehen, der in jedem einzelnen Ausstellungsstück ein Selfie gemacht hätte. Gut, Fotos von mir gibt es sowieso sehr, sehr wenige. Das sind die Einzigen, die man jetzt sieht, oder das Einzige, was man hier sieht. Da bin ich von hinten zu sehen. Ja. Ja, ich glaube, was diese Fotografie und Videogeschichte natürlich auch entsprechend beeinflusst, ist die Tatsache, dass inzwischen überall, egal wo man hinschaut, zahlreiche, unendliche, vielfältige Fotografien aus jeder Perspektive, aus jedem Blickwinkel auch schon da sind. Ja. Das heißt, wenn, dann kann es ja nur um den eigenen Gebrauch gehen, um die eigenen Erinnerungen so ein bisschen festzuhalten. Aber letztlich, wenn ich, keine Ahnung, jetzt, wenn wir bei Marokko sind, irgendwas Schönes in, keine Ahnung, Fes oder so, fotografiert habe, ja, dann mache ich halt irgendwie das Internet auf, gucke da rein und dann sehe ich das genauso. Also, ne, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, also der Wert an der Fotografie ist, glaube ich, jetzt schon ein ganz anderer geworden. Das ist echt sehr, sehr spannend. Entschuldige, Flo, du wolltest aber auch starten. Nee, ich wollte nur sagen, ich kann Ottos, König Ottos wahrnehmen auch oder beziehungsweise Erlebnis da nur bestätigen. Ich hatte ja als Museumsaufsicht echt oft die Gelegenheit, Leuten zuzugucken, wie sie so ein Museum erkunden. Und was mich erschreckt hat, war, dass erstaunlich viele junge Kinder und Jugendliche halt wirklich tatsächlich nur so durchgegangen sind, dass sie alles fotografiert haben, alles. Also, wir hatten tatsächlich wirklich so zwei, drei Mal junge Frauen und junge Männer da, die haben wirklich jedes Objekt, alles einmal fotografiert, haben aber nicht davor gestanden, sich das angeguckt. Die sind einfach dahin, knips, weiter, zum nächsten, knips, weiter. Und es scheint mir auch so ein bisschen auch eine Kultursache zu sein. gerade asiatische Besucher haben da sich mehr Mühe dafür gegeben. Ich habe aber auch mal erklärt bekommen, dass das gerade zum Beispiel so Besucher aus China oder Indien, da wird häufig zusammengelegt, dass da ein, zwei Leute in Urlaub fahren können und die bringen dann quasi den Urlaub in Form dieser Fotos und dieser Medien Aufnahmen halt eben zurück und mit. Bei denen gibt es dann quasi noch so was wie die DIA-Show, weil halt einfach klar ist, dass 75 Prozent der Verwandtschaft diese Besuche niemals nachholen können und nachempfinden können. Deswegen versuchen die es mit Fotos so gut wie es geht. also Skurize war mal zwei indische Männer, die irgendwie in sehr gebrochenem Englisch überall vor jedem irgendwas ein Selfie gemacht haben und irgendwann dann auch mit mir um den Selfies machen wollten, wobei ich nicht verstanden habe, what the fuck, warum? Keine Ahnung, aber egal. Jedenfalls, also das scheint auch so eine kulturelle Komponente zu sein. Aber ich bevorzug's wirklich, also es gibt so ganz wenige Fotos, die ich in meinen Urlauben gemacht habe, wo ich irgendwie gesagt habe, das muss jetzt sein. Ich weiß, in London gibt's in einer Seitenstraße in der City von London einen alten Kirchturm. Die Kirche, die restliche Kirche ist schon seit Jahrhunderten weg, aber da steht halt noch dieser Kirchturm und der steht wirklich quasi auf einer Verkehrsinsel inmitten einer Straße umgeben von Hochhäusern aus Glas und Stahl, die ungefähr zehnmal so hoch sind wie dieser Kirchturm. Und ich fand den Kontrast so krass, dass da im Schatten dieser Seitengasse quasi dieser jahrhundertealte Kirchturm steht irgendwie zwölftes Jahrhundert und drumherum diese Hochhäuser. Das Bild fand ich so skurril, dass ich schießen musste und quasi dann auch Leuten gezeigt habe, um mal zu zeigen, wie krass so der Unterschied in London zwischen oder wie nah sich da Zukunft und Vergangenheit kommen teilweise oder modern und Vergangenheit. Aber ansonsten Großteil dessen, naja. Gut, ich wusste zum Beispiel gerade bei dem London-Besuch, dass meine Mutter wahrscheinlich, weil mein Vater nicht fliegen will, nicht unbedingt in den Genuss kommen wird, das mal zu sehen. Deswegen habe ich für sie viele Fotos gemacht, die ich aber selber nicht mehr habe, weil sie irgendwann in der WhatsApp-History verschwunden sind, aber ... Oh Gott, das ist auch noch so schlimm, Fotos machen und dann in irgendeinen Messenger reinschmeißen. Puh, das ist auch so ... Was sagst du jetzt mit deinen Status-Meldungen aus? Oh Gott. Was? Status-Meldungen? Oh Gott, oh Gott. Oh je. Er hatte eine ganze Bildergalerie als Status. Ich habe ganz viele Leute gehabt, die das wollten, die sich immer dafür bedankt haben, dass ich die schönen Fotos zeige, dass sie das schauen können. Ja gut, das sind halt ... Ja, das ist schon krass, wie sich das alles geändert hat im Laufe der letzten Jahrzehnte. Weg von den Fotoalben, die irgendwo dann im Bücherregal verstauben und ich weiß nicht, im Abstand von zehn Jahren mal wieder rausgezogen werden und das ist schon verrückt. Und jetzt ist das alles irgendwie viel flüchtiger. Also, ne, ich meine, wer hat denn, also, ich sage mal so, jüngere Generationen Fotoalben wohl eher nicht. Doch. Vielleicht nicht mehr so viel wie früher, aber ich weiß von vielen, die sich die noch ausdrucken und tatsächlich ... Isa hat es vorhin zum Beispiel geschrieben. Isa hat es vorhin geschrieben, 80 noch welche. Das ist schön. Ich finde, das ist gut. Toll. Okay. Oder, na gut, ich meine, es gibt natürlich dann noch Polaroid ist ja wie ein Mode. Ja. Boah, das ist eine schreckliche Umweltssünde. Das ist so, also, Polaroid ist einfach nur so, das ist, da kannst du auch ein SUV-Diesel fahren oder so ein Scheiß. Aber kann ich wissen. Aber es ist sicher, also ja, hat schon was, klar, auf jeden Fall. Ja, aber es ist die Frage, ob jetzt nicht sogar WhatsApp und Instagram, sowas, also das ist ja das Fotoalbum, nur halt besser und öffentlich einsehbar. Ja, ja, sicher, sicher, ja. Und ich kling mich auch immer gerne durch schöne Fotos von Leuten, die gerade bei WhatsApp irgendwo im Urlaub waren, also nicht bei WhatsApp im Urlaub, sondern im Urlaub waren, das bei WhatsApp gepostet haben. Das finde ich jetzt auch nicht so nervig. Falls das jetzt irgendwie so rübergekommen ist, dass das irgendwie missbillige, das war jetzt nicht so gemeint, nein, nein, also ich bin wirklich einfach nur, ich finde es extrem interessant, wie sich das halt einfach weiterentwickelt hat, wie sich das heutzutage eben aufgrund der technologischen Entwicklungen, ja, so abbildet. Aber ich habe ja nicht nur die Frage, ich habe ja noch ein paar mehr. Wollt ihr noch was dazu zu sagen, oder? Nö. Nö. Weil, na sagen wir mal so, das war ja jetzt keine typischen Flitterwochen, irgendwie nicht Karibik am Meer liegen oder so. Jetzt abseits von Flitterwochen, wie ist das denn für euch? Welche Rolle spielt denn Kultur bei Urlaub? Seid ihr die, ich meine, ich weiß es bei euch im Grunde genommen schon, aber seid ihr diejenigen, die nach Malle fliegen, um dort am Strand zu liegen, zu saufen und zu essen und dann 10 Kilo, schwerer zurückkommen und das als Urlaub bezeichnen? Oder seid ihr jemand, der, ja, irgendwo etwas sehen möchte? Also, ich würde schon mal nach Mallorca fliegen, aber halt, um jetzt zum Beispiel den Domern zu gucken und ins Hinterland zu fahren, wo du halt noch die Hinterlassenschaften aus dem arabischen, mittelalterlichen Teil findest. Den Vergleich schon verstanden. Ja, klar. Also, für mich spielt Kultur immer eine essentielle Rolle. Also, selbst als wir jetzt mal diesen Kurzurlaub zwischen den Feiertagen gemacht haben, wo wir ja nicht weit von uns jetzt weggefahren sind nach Deidesheim, äh, ein Tag war, äh, für, für Speyer reserviert, um da den Dom zu besichtigen. Eigentlich wollten wir vielleicht auch noch ins Museum, aber da haben wir ja noch eine Verabredung irgendwann, hoffentlich mal, solange die Ausstellung noch geht und, äh, Antiquariat besucht, äh, dort und geplündert regelrecht, äh, Burgen besucht und sowas, das, das gehört einfach dazu. Also, ich kann mir nicht vorstellen, einfach nur in Urlaub zu machen, wie es andere Leute machen, all inclusive in Ägypten, im Ressort, ähm, und verlassen im Prinzip den Hotelgrundenboden niemals. Ja, oder, oder noch schlimmer, also für mich ist der kulturelle absolute Tod, sind die Leute, die alle nach Dubai fahren. Ja, sorry, aber für mich ist das super nichts von Reiz. Dubai ist, äh, die absolute, das, das, das ist die in, in Stahl und Glas geronnene menschliche Hybris und, äh, der Stinkefinger an sämtliche Nachhaltigkeit, genau, äh, ein, ein, ein Berg aus, quasi ist absolut abgefuckten, ja, aus abgefuckten Kulissen innerhalb derer sich, äh, hinter denen sich die absoluten menschlichsten, urmenschlichen, ekelhaftesten Abgründe verbergen. Und alle fahren dahin und fühlen sich geil, weil sie ja in einem Sieben-Sterne-Hotel irgendwie mal zwei, drei Nächte machen konnten. Reizt mich absolut null. Ich bin viel lieber dann in einem, keine Ahnung, noch nicht mal ein Sterne-Hotel in Rom für eine Woche, ähm, in dem ich im Prinzip auch nur die Nächte und vielleicht mal, äh, den früheren Abend zum, zum günstigen Abendessen irgendwie verbringe. Und den Rest von der Zeit bin ich on tour, in der Stadt und, 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 und besichtige da alles, was irgendwie geht. In irgendeiner Form. Also, das reizt mich viel mehr als, als so ein Ressorturlaub oder so. Klar, Wellness kann man mal sich gönnen. Es ist, es ist ja nie, äh, absolut exklusiv, aber, aber so, ohne Kultur kann ich mir das wirklich nicht vorstellen. Also, da muss wenigstens mal ein oder zwei oder drei Programmpunkte mit Kultur dabei sein, sonst bin ich nicht dabei. Ich meine, ich habe ja bei euch schon den Ruf, dass ich immer Urlaub mache, äh, was Flo eben sagt, dieses Absolute. Äh, ich habe nicht den ganzen Tag in der Sonne gelegen und sonst nichts, sondern natürlich haben wir uns auch was angeschaut. Natürlich haben wir, äh, auch irgendwo Ausflüge hingemacht. und das anders geht, also, ich werde wahnsinnig. Also, dieses, also, wir waren in, in Dubai, ja, wir wurden eingeladen dorthin und, äh, es war absolut schrecklich. Hm. Ähm, gut, ich war auch krank. Irgendwie Urlaub und krank sein, das trifft sich bei, bei mir leider oft. Äh, aber, da kann man halt, wenn man Geld hat, viel machen, aber selbst das, was man da machen kann, finde ich unglaublich langweilig, weil es seelenlos ist. Also, man muss halt irgendwie immer was machen. Ich werde jetzt gerne den, den Widerpart einnehmen. Ja, ja. Also, keine Sorge, also, ich werde euch jetzt nicht irgendwie da erzählen, dass ich gerne auf Marokka rumliege. Nein, nein, und so. Nee, nee, was ich eigentlich sagen möchte, ist folgendes, ich, ich, ich bin da ganz bei euch, mir geht es eh nicht. Ich bin aus dieser, aus dieser Phase am Strand rumzuliegen und irgendwie all inclusive, keine Ahnung, da was wegzusaufen, keine Ahnung. Bin ich längst raus, das ist nicht der Punkt, der Punkt ist eher. Kommst du bald wieder rein. Genau, wahrscheinlich Seniorenreisen irgendwo hin. Nein, tatsächlich glaube ich, ist es auch wirklich eine, also, es gibt eine ganze, also, erstens, ganz klar, ohne dass wir jetzt hier pauschalisieren wollen, das ist immer Geschmackssache, das ist die eine. Das andere ist auch ein Punkt, den ich nicht ganz unbeachtet lassen möchte. Es gibt eine ganze Menge Menschen, die müssen unbedingt diesem Eskapismus irgendwie frönen und müssen sich von all dem, was sie hier irgendwie ertragen können wollen, müssen abschotten. Und das geht eben meistens doch ganz gut, indem man dann eben, ja, irgendeine Billig-Carrier nimmt, nach Malle fliegt und da auf dem Ballermann dann richtig sauer auslässt. Also, nur mal, um da ein Land zu brechen für diejenigen, die das machen, durchaus nachvollziehbar, also, es wird schon seine Gründe haben, aber, aber, um mal jetzt auf die Frage noch zu antworten, mir geht es ähnlich wie euch auch, ich bin auch eher, also, nicht eher, sondern ganz bestimmten Typ, der extrem interessiert ist an, an, dieser Region, an dem Land, an den Leuten, die da sind, an der Kultur und ich mische mich unglaublich gerne unter die Menschen und wirklich so, also, nicht diese Touristen-Sachen, das sicher auch, klar, das macht man irgendwie, weil es sein muss, weil man es ja gesehen haben muss, aber, was ich viel interessanter finde, gerade so, wenn ich, wenn man so städtische Geschichten abarbeitet, irgendwelche Metropole besucht oder so, sich einfach in irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel reinzusetzen und von einer Enthaltestelle bis zur nächsten zu fahren, nicht nur so ein Hop-on-Hop-off-Bus hier Stadtrundfahrt, sondern wirklich klassische Straßenbahnen, wo es, I don't know, U-Bahn und alles abklappern und so quasi wirklich auch in diese Ecken reinzugehen, wo vielleicht der klassische Tourist gar nicht landen würde, weil das jetzt nicht so von Relevanz ist. Das ist so, das mache ich unglaublich gerne, also durch Städte zu fahren und in Ecken zu fahren, wo explizit auch drin steht, um Gottes Willen nicht hinfahren, total langweilig oder keine Ahnung, weil das sind gerade so die interessantesten Ecken, wenn man so hinter die Fassade schauen kann, das ist total schön. Also einerseits sollten wir einen dicken, fetten Disclaimer machen, dass das natürlich alles unsere persönlichen Meinungen sind. Das kann man nicht verallgemeinern. Jeder Mensch hat da persönliche Vorlieben. Es geht hier und heute darum, was wir gerne machen, wie wir es machen und wie wir es wahrnehmen. Natürlich ist das für jede Person nochmal anders, nochmal spezifisch. Also ganz, ganz klar dabei bei dir, Carol. Weil manche wollen das so, manche brauchen das so. Die sind dann überfordert von dem, wie wir es machen würden. Ja, ja, auf jeden Fall. Und zu deiner Sache mit dem Erkunden, ich mache das unglaublich gerne zu Fuß. Ich treibe damit vielleicht manche Leute in den Wahnsinn. Ich glaube, an einem Tag sind wir 15 Kilometer gelaufen. Das ist interessant, ne? Wenn man im Urlaub ist, dann ist das zu Fuß laufen, was normalerweise zu Hause oder in der einen Umgebung eigentlich ungern gemacht wird, vollkommen unproblematisch. Also wie viel ich schon in Urlauben oder in irgendwelchen fremden Städten, Regionen, Ländern gelaufen bin, das wäre hier bei mir zu Hause undenkbar. Nee, ich mache das auch hier. Also ich wohne ja ein bisschen außerhalb. Ich laufe öfters mal in die Stadt, also für Saarbrücken außerhalb. Also drei Minuten. Eine halbe Stunde. Okay, gut. Ja, also das habe ich bei mir festgestellt. Das ist total nur spannend, weil dann ist dieser Zwang, diese Verpflichtung laufen zu müssen, ist irgendwie weg und man kann sich in aller Ruhe betun. Kein Zeitdruck, nichts. Ja, ja, genau, genau. Aber ich wollte Flo nicht hier unter den Tisch reden, wenn du noch was dazu sagen möchtest. Nee, also nee, es ist natürlich klar, dass das hier, was ich gesagt habe, keinen Anspruch erhebt, irgendwie für alle gelten zu müssen. Aber ich schließe mich dem schon irgendwie an. Gut, ich muss ehrlich gestehen, irgendwie in den letzten Jahren bin ich so dermaßen unsportlich geworden, dass es mit den langen 15-Kilometer-Touren nicht mehr so funktioniert, beziehungsweise die Wandertouren, die wir während unserem Urlaub da versucht haben, waren dann doch ein bisschen zu stramm für mich, aber so durch die Stadt laufen, das ging doch. Ja, ich liebe es wirklich, mich in solchen Gegenden, also du hattest von Eskapismus gesprochen, Karol. Für mich ist das auch Eskapismus, aus der eigenen Kultur mal raus, in was völlig Fremdes, mal aus dem eigenen Trott in den anderen rein. Und da reicht es für mich schon, einfach in einem anderen Land zu sein, mich da in neue Sachen reinfinden zu können oder zu dürfen oder zu müssen und da halt Sachen finden und entdecken zu können. Und es sei es halt eben irgendwo ein halb vergessenes Denkmal irgendwo im Wald oder es sei es halt die für die Ortsansässigen völlig banale und normale Dorfkirche, die aber halt aus dem, was weiß ich, siebten Jahrhundert stammt und für mich deswegen absolut faszinierend ist, weil es das bei uns hier in der Gegend kaum gibt. Und solche Sachen, also ja, sowas reizt mich schon sehr. Also ich bin auch gerade schon hinten im Hintergrund, deswegen war es nicht so schlimm, dass ihr mich irgendwie überquatscht habt, weil ich habe jetzt gerade nochmal einen meiner Sehnsuchtsorte nochmal geguckt. Onkel von mir hat ein Ferienhaus in Südfrankreich, am Lac du Saint-Croix und in die Gegend will ich unbedingt mal nochmal hin, weil es da auch so viel zu entdecken gibt, dass es so eine ursprüngliche Gegend mit Avignon direkt in der Nähe und vielen richtig urigen, wirklich uralten und sehr original belassenen Orten, da sind jetzt keine großen Museen, aber da ist die Landschaft in Kombination, die Kulturlandschaft ist da schon entdeckenswert, sage ich jetzt mal so. So geht es mir auch in der Normandie, gut, da gibt es natürlich solche Sachen wie Mont Saint-Michel etc., die man natürlich, St. Malo. Absolut. Ja gut, St. Malo war ich noch nie tatsächlich, so weit westlich sind wir nie gekommen. Da war ich ja letztes Jahr in St. Malo und von St. Malo dann an der Mont Saint-Michel. Also ich weiß schon, also allein Normandie quasi eine Nacht oder zwei Nächte am Mont Saint-Michel campen, den erkunden, dann weiter nach Etretar und in Etretar die Kreidefelsen und das Meer genießen und von dort aus dann so Touren ins Umland machen. Teilweise die Bunker vom D-Day irgendwie besichtigen und so Sachen. Das war schon auch toll. Ich finde es eigentlich unverschämt, dass Frankreich eines der Länder in Europa ist, das nicht nur mit einer hervorragenden Küche, grandiosen Weinen, einer wunderschön wechselhaften Landschaft gesegnet ist. Also irgendwie die Franzosen haben gar keinen Grund, dass man ihnen irgendwie im Ausland immer so nachsagt, dass sie so fatalistisch und unnahbar und egal sind. Die müssten eigentlich den ganzen Tag auf den Knien rumrutschen und was weiß ich, wem oder was dafür danken, dass ihr Land so verdammt schön von Nord bis Süd ist. Aber naja. Hast du schon gesagt. Das leitet aber fast schon zu meiner nächsten Frage über, weil ihr sprach jetzt vom Eskapismus, von neuen Orten entdecken. Wie ist denn das bei euch allgemein? Ich meine, bei Flo, wir hatten schon ein paar Mal die Diskussionen darüber, wenn wir uns jetzt ein Land, ein Ort aussuchen müssten, wo wir jetzt Urlaub machen würden, wohin würden wir gehen? Deswegen vielleicht mache ich das tatsächlich mit der Frage mal fest. So Absatz von Geld, von Klimawandel, von allem Möglichen drum und dran. Vielleicht mal zwei Beispiele nennen, wo es hingehen würde. Also ich, meine Freundin und ich, wir führen tatsächlich so eine To-Do-Liste, was wir gerne abarbeiten möchten, wenn wir die Zeit und ausreichend Geld zur Verfügung haben. Das macht wahrscheinlich jeder heimlich oder nicht heimlich. Und ich habe jetzt vor ein paar Tagen zufällig mit jemandem darüber gesprochen und mir ad hoc nicht ein, was auf der Liste steht, weil die wirklich, die wird wöchentlich länger. Länger, ja. Deswegen mache ich so eine Liste nicht. Ja, es ist wirklich, wahrscheinlich ist das gefährlich. Also was ich auf jeden Fall im Kopf habe, ist, ich möchte unglaublich gern noch einmal mit dem Zug den gesamten Balkan bereisen. Das klingt jetzt gar nicht so spektakulär, wie man es vielleicht vermuten mag oder so. Aber soll es ja nicht. Soll es ja gar nicht. Nee, 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 ich weiß. Ja, ja, genau. Es ist schon klar. Also man könnte jetzt auch sagen, ja, irgendeine Insel irgendwo, keine Ahnung, sicher auch. Aber nee, das ist gerade so. Ich glaube, das reizt mich aktuell am meisten. Wir hatten das, glaube ich, sogar auch so ein bisschen ins Auge fasst und dann kam uns Corona in die Quere und jetzt schieben wir das so ein bisschen auf die lange Bank. Aber das ist so der Plan, weil meine Freundin ist, jetzt muss ich überlegen, vorletztes Jahr, das war so kurz nach Beginn Corona, war alles ein bisschen weird. tatsächlich mit dem Zug durch Serbien und keine Ahnung, also wirklich durch diese Länder da gefahren und das war so, also ich war leider hier und sie war dort und das war total, oh wow, ich habe gesagt, krass, weil ich war da schon des Öfteren, also ich war in vielen Ländern dort, aber eben meistens mit dem Auto oder so und aber so mit dem Zug, so wirklich, wo der Schaffner mit der Kippe im Mund noch durch den Zug läuft, ja, das ist einfach, oh man, ja, wirklich, das ist so klischeebeladen, aber das, darauf freue ich mich schon sehr, das, das wird bestimmt toll und ich habe traumatisch Belastungsstörungen von alten, kaputten Zügen. Echt, ja, oh Gott. Ich bin einmal in meinem Leben einen sowjetischen Nachtzug gefahren, nie, nie mehr. Cool. Schlimmste Zugfahrt meines Lebens. Hast du irgendeine schlimme Reise zu berichten, Flo? Hattest du sowas schon mal? Nee. Sowas wie sowjetischer alter Zug? Nein. Nee, also ich habe mein Erlebnis mit der Deutschen Bahn, das ist fast genauso schlimm. Nee, 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 also bisher meine Reisen waren entweder mit dem Auto, mit dem Flugzeug, mit dem Flugzeug, ich bin mal Bulgarian Air Charter geflogen, das war auch stramm. Hui. Aber naja, ähm, also, nee, nee, also, nee, so Erlebnisse hatte ich nicht. Also ich bin, ich kann mich, ich kann mich an, an, an so ein paar Erlebnisse noch erinnern oder gerne erinnere ich mich daran, ähm, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber es gibt tatsächlich einen Linienbus, der von Prag nach Istanbul fährt. Das ist ziemlich crazy, weil du fährst wirklich lang, ja, aber es war extrem spannend, weil das war wirklich so ein richtig runtergerockter alter Reisebus, und die Fahrt war ziemlich weird, hin wie auch zurück, weil die Grenzübergänge sind natürlich das Spannendste, insbesondere so in den Ländern, wo man es auch erwartet, nämlich beispielsweise eben Bulgarien oder Rumänien, wo du dann siehst, wie der Busfahrer mit vier Stangen Zigaretten aussteigt, weil wir stehen da im Stau und kommen nicht raus, da wird ewig lang kontrolliert und so, vier Stangen Zigaretten unterm Arm, latscht hervor zu den Zöllnern, quatscht mit denen, gibt denen die Kippen in die Hand und die winken und du fährst durch. Soll ich sagen, es ist einfach so, es ist einfach genau das, so sehr, wie sagt man, volksnah oder so. Ja, was wäre Europa ohne Korruption? Ja, das Klischee hoch 10. Und woran ich mich noch unglaublich gerne erinnere und wovon ich auch unglaublich gerne erzähle, weil das irgendwie total weird klingt, ich bin mal mit dem Taxi durch Istanbul gefahren, weil ich dringend von einem Bus zum anderen musste und diese Taxifahrt werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, weil, okay, wir wissen alle, Istanbul ist echt groß, verteilt auf zwei Kontinente, extrem viele Millionen an Einwohnern und so weiter, sehr weitläufig und ich musste von einem Busbahnhof zu irgendeinem anderen, die waren, keine Ahnung, ich würde so tippen, 30, 20 bis 30 Kilometer entfernt etwa, so grob und es war, glaube ich, echt nur noch eine Viertelstunde Zeit oder so und ich habe den Taxifahrer einfach nur so gefragt, so machbar und der so, na klar, geht los so, ne und dann habe ich vorne gesessen und wir sind mit so einem alten Mercedes, so ein richtig schöner, alter, langer Mercedes, über die Stadtautobahn gerast, ich bin, ich dachte wirklich, ich sterbe in diesem Moment, es war eine Katastrophe, ich wirklich dachte, ich werde sterben, irgendwann klingelte das Telefon, dann hat er mit einem Finger nur noch den Lenkrad gehalten, bei 140 oder so, hat nebenbei telefoniert und meinte dann so, mach mal hier, mach mal das Handschuhfahrer aus, ich brauche da was und da habe ich das Handschuhfahrer ausgemacht, da ist mir eine Pistole entgegengefallen und da wollte der irgendwas aus dem Handschuhfahrer haben und hat dann auf der Autobahn, da hat er irgendwie gewartet, bis dann irgendwie diese Leitplanke weg ist, hat er wirklich auf die andere Seite rüber gemacht und hat dann eine Abkürzung, also es war wirklich wie im Film und das sind so Momente, die man einfach nicht wieder vergisst und genau sowas irgendwie erwarte ich mir von so einer Balkanreise, also das ist aktuell so, ja, bei mir ganz oben. Flo, wie ist es denn bei dir? Ich meine, ich tippe mal auf Japan, aber ansonsten. Oh, Japan, wow. Ja, also wenn es Geld keine Rolle spielen würde. Wir können ja sagen, wir können ja sagen, einmal ohne Geld sorgen und einmal mit der Realität. Also ohne Geld sorgen würde ich mal gerne die, ähm, tatsächlich so die Tour nachmachen, die in der, leider Gottes, völlig unterschätzten, grandiosen Serie James May, Our Man in Japan gemacht wurde. Ja, unbedingt eine Sehempfehlung. Ja, absolut. Also ich kann es auch rundum empfehlen. Vielleicht nochmal kurz für die HörerInnen und ZuschauerInnen gerade nochmal, sag nochmal an, wo, wie, was wäre. James May ist der, äh, absolut als Captain Slow bekannte, äh, Teil des drei, des, des Kleeblattes, das mal Top Gear gemacht hat. Diese absolut politisch inkorrekte, britische, ähm, Sendung mit Benzin, Öl und jede Menge Unterschwelligen und mehr oder weniger Rassismus im Blut. Aber egal. James May ist eher so der verkopfte Teil dieses, dieses Triumvirats gewesen. Und, ähm, ich liebe diese Serie A, weil sie mit dem Budget von Amazon gemacht wurde, was schon mal gut ist, weil Amazon hat wirklich ein verdammt gutes Team da, die auch die Grand Tour zum Beispiel gefilmt haben, die einfach ein grandioses Händchen für, ähm, die Locations und Bilder haben, für die Locations haben. Also das können sie hervorragend. Ähm, ich mag James May einfach. Dieser verkopfte, das nerdinge Typ, ist, der ist so ein Knorker-Typ. Also mit dem würde ich tatsächlich auch mal reisen. Wenn ich von den drei mir einen aussuchen dürfte, um mit ihm reisen zu gehen, dann wäre es James May tatsächlich. Ähm, mit den anderen kann man mit Sicherheit fett saufen gehen und alles mögliche an Scheiße erleben. Aber mit James May kannst du richtig die, die Essenz auch von einem Land erkunden, weil der ist für sowas einfach zu haben. Ähm, und, und der hat eine Reise gemacht in dieser Sendung, James May in Japan, quasi vom Nordosten Japans, einmal quer durch bis in den Süden und hat wirklich so, unheimlich liebevoll, finde ich auch, ähm, so Sachen gefunden, die du als Tourist normalerweise nicht so machen würdest oder dich vielleicht nicht rantrauen würdest und auch wahrscheinlich auch nie so gesehen bekommen würdest, selbst wenn du eben die, die Mittel dafür hättest. Aber es ist so ein wunderbarer Querschnitt durchs Land gewesen. Das, das wird mich unheimlich reisen. Japan reizt mich sowieso, ist ja keine, keine Überraschung, dass, dass ihr lest sofort drauf gekommen ist, hat ja schon seinen Grund auch. Ähm, ähm, es, es würde mich, also Tokio, Kyoto auf jeden Fall, aber auch mal der Rest des Landes. Es, es, es gibt da so viel zu entdecken, was ich gerne auch mal entdecken würde. So, und wenn es dann ans finanziell gebundene nochmal geht, Klausitzner Hochland. Hä? Klausitzner Hochland. Nee, aber ich würde gerne nochmal nach Rom, ich würde gerne nochmal nach London, ich würde nochmal gerne in die Lactisankrois. Also da wäre dann so die Auswahl, was wäre halt möglicher. Ähm, das, das, ja, wäre so, wäre so, also ich, ich bleibe schon gerne irgendwie in Europa dann, weil, weil es gibt so viel hier noch zu entdecken. Ich muss nicht durch die halbe Welt fliegen. Ähm, gut, nach Rom, das Blöde ist leider Gottes, das, äh, kleiner, kleiner Side-Rant hier, dass das europäische Eisenbahnnetz absolut beknackt ist, weil es halt immer noch in den, in den Händen der verschiedenen Länder ist. Ähm, das heißt, du kannst einfach so gut wie nicht sinnvoll, meines Erachtens, abgesehen von irgendwelchen Traditionszügen, die schon seit Jahrhunderten irgendwie gefühlt auf denselben Strecken pendeln und, und, und immer weiter da fahren, du kannst einfach nicht so wirklich zuverlässig von Deutschland aus irgendwo ins Ausland fahren mit dem Zug. Das ist komfortabel, zuverlässig, preislich okay und in irgendeiner Weise angemessen von der Qualität her. Das ist irgendwie sehr ärgerlich. Äh, ja, du kommst nach London mit dem ICE, wenn du von hier aus nach Köln fährst, aber da bezahlst du ungefähr das Dreifache dessen, was ein Flugticket kostet und am Schluss hast du wahrscheinlich trotzdem genauso viel CO2 rausgeballert wie mit dem Scheißflieger. Nach Rom ist es fast dasselbe. Mit dem Autofahren, weder auf die Insel noch nach Rom, würde ich das freiwillig machen wollen, jedenfalls nicht mit meinem Auto. Da würde ich mal ganz kurz bei dieser Zugreisen-Thematik, da schließe ich mich deine Kritik voll und ganz an. Das ist schon wirklich sehr ärgerlich, dass das so divergent ist. Was ich aber gerne mal noch mit als Tipp geben möchte, falls das dem einen oder anderen noch unbekannt ist. Man kommt tatsächlich sehr günstig, diese Erfahrung haben wir gemacht, wenn man in verschiedene Länder reisen möchte, und zwar mit dem Zug, tatsächlich in dem jeweiligen Land das Ticket zu buchen, sofern es denn möglich ist. Und das ist ums x-fache günstiger, als wenn man über die Deutsche Bahn oder über irgendwelche Reiseagenturen oder sowas bucht. Also jede Bahngesellschaft hat in der Regel ihre eigene Website oder ihren eigenen Shop oder so, wo man dann eben umgerechnet für viel, viel weniger Geld die Tickets kaufen kann, die ebenso gültig sind. Kleine Quizfrage. Für zwei Personen von Fees nach Casablanca und von Casablanca nach Marrakesch. Wie viel pro Person pro Fahrt? Können wir mal ganz kurz, wie viele Kilometer sind das etwa? Oh, Momente. Probe. Äps. Ja. Muss ich ausrechnen. Das kann ich, also es waren fast vier Stunden wie eine. Okay, okay. Ist weit. In Euro? Ja. 35. Pro per Person? Jo. Vier Euro. Nein. Vier Euro pro Person? Vier Euro 50 oder so. Für diese beiden Reiseabschnitte insgesamt? Nee, für eine Reise. Für Fees nach Marrakesch, für Fees nach Casablanca vier Euro und von Casablanca nach Marrakesch nochmal vier Euro. Für vier Euro komme ich von zwei Brücken aus noch nicht einmal zwei Haltestellen weit. Da kostet es alleine zwei Euro 30, um kaum acht, neun Kilometer an die nächste Haltestelle zu fahren. Das ist ... Ja, 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 ja. Aber ich weiß nicht, kann man da jetzt schon sagen, dass die, ich sag jetzt mal, die öffentlichen Verkehrsmittel hierzulande eben dann doch zuverlässiger sind als in anderen Ländern? Nö. Was ja vielleicht auch eine Komponente hat. Also ich muss ganz, ich sehne mich heute noch nach dem öffentlichen Nahverkehrssystem in London. Und nach der U-Bahn in Rom. Ja, komm, du redest von irgendwelchen großen Metropolen, aber ich rede jetzt zum Beispiel von Casablanca nach Fees und zack, Dings, Bums, keine Ahnung, sowas in der Art eher, dachte ich. Für vier Euro pro Person. Wer finanziert das denn? Mein Gott, das ist krass. Und funktioniert, war gut. Ja, war halt alt. Also, ja, gut. War halt ein alter Zug, keine Frage. Hast du hier in Deutschland auch einen Zahlstrotz im Leben? Ja, ist mit offener Tür teilweise gefahren. Also, nein, Flo. Das hast du in Deutschland nicht. Flo, die Deutsche Bahn ist topmodern dagegen. Ich meine, alt. Nicht, nicht ein bisschen veraltet, sondern wirklich alt. Aber nicht Dampflok, nee. War das noch ein Dampfzug oder was? Fast, fast so ungefähr, ja. Aber an sich kam fast immer pünktlich. Also, war eigentlich drei Minuten verspätet oder so. Also, nach Deutscher Bahn pünktlich. Sehr pünktlich, überpünktlich. Da kann ich übrigens, ich habe ja das Interrail probiert letztes Jahr. Mhm. Äh, ich kann den Vergleich Frankreich-Deutschland schön festhalten. Französische Züge waren stets pünktlicher. Aber viel unbequemer. Alter, ist der TGW unbequem. Also, ich saß immer gerne in den ICEs. Also, von Paris dann zurück in den ICEs. War es immer viel angenehmer zu sitzen. Die waren es immer zu spät. Aber man konnte besser sitzen. Ja, gut. Fast länger, aber bequemer. Okay. Ich habe in den ICEs fast immer rückwärts sitzen müssen. Rückwärts? Echt? Gegen die Fahrtrichtung? Ja. Okay. Weil der Zug gegen die Fahrtrichtung ausgerichtet war. Von Köln nach Koblenz komplett rückwärts. Ach so. Musstest im Sinne von, das war deine Sitzplatzreservierung nicht, weil du das selbst wolltest. Nee, die Sitzplätze im ganzen Zug war, also, nee, in dem Waggon, in dem ich drin war und froh war, da ich einen freien Platz bekommen habe, weil überall sonst Sitzplatzreservierend war, waren alle Sitze nach rückwärts. Ja, aber da ist die Deutsche Bahn zumindest so flexibel, dass du noch einfach rein darfst. In Frankreich sind die ganzen TGVs regelmäßig, Wochen vorher ausgebucht. Da darfst du nur rein, wenn du eine Sitzplatzreservierung hast. Und wenn die Sitze reserviert sind, dann ist es nicht mehr. Stimmt, im ICE darfst du dann wenigstens auf dem Gang stehen, wenn alle Plätze auf dem Gang stehen. Genau, genau, würde ich gerade sagen. Das nennt man dann Flexibilität. Ja, oder noch gerne, du darfst mit deiner Sitzplatzreservierung, die aber für den ICE galt, der gestrichen wurde, in einen anderen ICE einsteigen, wo deine Sitzplatzreservierung dann aber nicht gilt, sodass du dann da quasi mit deiner Sitzplatzreservierung, die du dir dann mit ein bisschen Öl in sonst wo hinschieben darfst, im Gang sitzen darfst, auf deinen zwei Koffern mit Handgepäck und schreienden Kindern um dich drum herum, weil das nämlich 25 anderen so geht. vorm Klo, das defekt ist und deswegen stinkt wie ein Ochse von unten rum. Gestunken hat es in dem Zug teilweise auch, weil die hatten diese typisch alten französischen Toiletten, also man nennt es Löcher. Ah ja, ja, ja. Kenn ich auch. Deswegen sind die Rungen auf den Schienen dort immer schön braun. Selbst wenn sie aus Beton sind. Aber dann, was mir die ganze Zeit auf der Zunge brennt, dann wärst du quasi mit deiner zweiten Reise bei der zweiten Staffel von der James May Serie. Okay, die zweite Staffel ist ja in Italy. Ja. Ach was, echt? Ja, ja. Aha, okay, da muss ich mal schauen. Hatte ich schon geschaut, ja? Noch nicht. Doch, stopp, Ausschnitt, ich hab's noch nicht fertig geguckt, aber einiges. Ich war in der Folge hängen geblieben, wo er in der Höhle war. Sie ist nicht so gut, aber ist halt vor allen Dingen, weil wir vieles einfach kennen als Europäer. Ja, ja, klar. Das Besondere an James May in Japan war einfach das Exotische meiner. Der Kontrast, ja, also der Brite in Japan, ja. Die Haikus an jedem Folgen. Und das ist halt in Italien einfach nicht so gegeben. Klar. Und, und, Elias, das Wichtigste aus James May, our Man in Japan. Das war der Roboter nicht dabei. Hey, Bim. Guess what? Guess what? Ja. Ohne das geht nicht. Und ich muss auch sagen, dass ich ja gerade die Clarksons Farms Ende geschaut habe. Also, ich bin momentan eher bei Jeremy Clarkson. Power! I've done something! Ja. I've done a thing! Was bei mir, weil das war, was Flo so ein bisschen angedeutet hatte, war so ein bisschen das, was ich hinaus wollte, weil ich kenne Flo schon ein bisschen länger. Und wir hatten uns mal darüber unterhalten wegen den Flitterwochen. Wo machen wir unseren Urlaub? Wo würden wir unsere Flitterwochen verbringen? Gut, es hat es zufälligerweise mit Marokko, also wir hatten Marokko vor dem gebucht, bevor wir unseren Hochzeitstermin hatten. Und war dann zufälligerweise so, weil ich wollte heiraten. Na, eine Woche vor Marokko, dann könnte man Marokko zu Flitterwochen machen, so ungefähr. Also ich hatte auch über Namibien nachgedacht, zum Beispiel dorthin. Klassische Urlaubs, ja klar, Flitterwochen. Ja. Aber auch wieder unklassischer über Kasachstan, solche Sachen. Also irgendwie weiter weg und ein bisschen exotischer. Und dann musste ich ja sehr schmunzeln, dass Flo dann meinte, du würdest mich gerne nach Berlin. An der Nähe von Wannsee und so weiter und Berlin. Ach so, ja, das war in den Spreewald. Ja, Spreewald, danke, danke. Oh, da hat das ja gepasst heute mit dem Bild, Spreewald-Schurke. Ja, absolut, ich habe sofort weitergeleitet an meinen Spandauer Onkel und so weiter. Nee, tatsächlich, im Moment hat Susanne die Idee gehabt, dass wir unsere Flitterwochen so verbringen, dass sie den Pfälzischen Weinsteig wandert. Das sind irgendwie 17 Etappen, zwei Wochen lang wandern durch die verschiedensten Orte der Pfalz. Ja, und weil ich halt einfach nicht wandertechnisch, leider Gottes, die Form habe, um ihr da mitzumachen, soll ich dann quasi das Gepäck von Hotel zu Hotel kutschieren, mit dem Tag so vertreiben. Was? Ja, nee, ich habe die Position tatsächlich. Ich kann zwar lange Zeit auf relativ ebenem Gelände wandern, aber da geht es viel hoch und runter und da habe ich irgendwie Probleme. Das war eine humoreske Frage. Ich hatte auf die Form angespielt, verstehst du? Also, okay, Alter, hier flittert es ja voll bei euch. Was geht ab? Was geht denn ab? Sag mal, ist das ansteckend? Das gibt es ja auch nicht. Ja, aber um jetzt zu meiner eigenen Frage zurückzukommen, also die zwei Ziele, also was tatsächlich momentan auf unserer Liste steht, und da bin ich ganz bei dir, Karol, ist Albanien. Wir haben uns eigentlich ins Auge genommen, nach Albanien zu fliegen und dort einen Roadtrip zu machen, weil Albanien hat nur einen Flughafen, das ist in Tirana mittlerweile zwei, aber der zweite ist noch weiter im Hinterland, glaube ich, und noch kleiner. Nee, das ist eigentlich, wie spricht man die Stadt aus? Dürresch? Ich weiß es gerade nicht. Nee, ich glaube, der zweite Flughafen war weiter im Hinterland. Ist ja auch egal. Das wäre jetzt was Realistisches, was wir uns vorgenommen haben, dort aber natürlich dann auch ans Meer. Es gibt halt da diese schöne, die Malediven des Mittelmeers. Was? Ich schicke dir mal nachher die Bilder. Malediven des Mittelmeers. Oh, der küsst er einfach. Oh, come on, das ist ja, oh. Keine Ahnung, Mittelmeer ist bei mir gerade raus, so, das ist irgendwie, geht gar nicht. Naja, wieso, warum? Weil da jedes Jahr irgendwie tausende von Menschen drin ertrinken. Oh, ja. Ich bade da drin. Weißt du, was meine? Also, das ist einfach, ich kriege das nicht, ich kriege das nicht gebacken. Einfach nicht hin. So, aber ich gucke jetzt gerade Malediven des Mittelmeers. Hawaii, Bahamas, Malediven, blablabla. Ich schicke dir das Foto gerade. Ja. Also, sie ist natürlich ein bisschen übertrieben. So, aha, okay, mhm, ja, gut. Sieht schon sehr, mhm, ja, mhm, sieht schon sehr nach Mittelmeer aus, ja. Genau. Nach Meer und Sonne und blaues, wunderschönes, turkisförmendes Wasser. Wo wir dann dabei sind, wo wir immer noch ein Geschichtspodcast sind. Ja. Skanderbeck zum Beispiel, auch Tirana selbst und sehr viele Orte dort. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Dann empfehle ich unbedingt noch eigentlich einen Abstecher in den Kosovo, wenn er schon auf, ach so, nee, er fliegt ja, ne? Ja, wir wollten einen Rockjob machen. Ja, also dann Kosovo, unbedingt Kosovo. Ist halt die Frage mit über die Grenze drüber. Wahnsinn. Ja, ist kein Problem. Also, glaube ich nicht. Kein Ding. Unbedingt. Ich hatte vor 10, 12 Jahren den irrigen Wunsch als in Anführungsstrichen Roadtrip, sehr unreligiös den Jakobsweg zu wandern. Oh, schön. Wollen wir das zusammen machen? Das habe ich auch schon lange, lange vor. Ja, aber das Problem ist A, wieder Wanderproblem. Okay, gut, naja, noch ein paar Wochen hätte ich wahrscheinlich meine Vorstellung. Zwei alte Männer schleppen sich über den Jakobsweg. Ja, ich war ein bisschen neidisch. Also, nach dem Abi haben ein paar Freunde von mir spontan sich Wanderzeug gekauft, sind nach München gefahren. Also, beziehungsweise sind nach München gefahren, haben sich dort Wanderzeug zum Teil erst zusammen gekauft und sind dann völlig ohne Vorbereitung über die Alpen nach Venedig gewandert. Und das war mit Sicherheit saugeil. Ich bin derweil quasi bei der Bundeswehr eingerückt, aber hätte das auch irgendwie gerne mal gemacht, sowas. Damals konnte ich es noch gut. Jetzt müsste ich wieder erst trainieren. Um mal ganz kurz zu Ende zu bringen, das exotische Land, wo Geld und politische Situation, erstmal egal wäre, wäre der Iran. Das würde ich auch noch gerne sehen. Aber das ist momentan sowohl von Geld als auch von der politischen Lage einfach nicht machbar. Ja, ich würde aufgrund der politischen Lage, also ich würde gerne mal nach Nordamerika fahren, in die USA, aber aufgrund der politischen, kulturellen Lage dort. Was? Das ist doch egal wann, also. Ja, deswegen. Wann wärst du denn hingefahren? Ich würde zum Beispiel gerne mal Yorktown besuchen, aber ja gut, ist doch egal, wer Präsident ist, das ist irgendwie. Wir machen es mal ganz langsam, Flo. Wir machen erst mal den Jakobsweg. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, es gibt den sächsischen Jakobsweg. Wir können Riesa und Weißen und den Jakobsweg laufen. Das ist gar kein Problem. Der ist ja übelst lang und so. Ja, ja. Und dann kannst du sagen, ich bin den Jakobsweg entlang gelaufen. Unbedingt. Ja gut, ein Kumpel von mir und ich hatten mal irgendwann in unserer Reenactmentphase so den kurzen, heftigen Suffgedanken. Warum nicht mal Reenactment mäßig den Jakobsweg in mittelalterlicher Ausrüstung pilgern? Oh je, du kannst ja noch nie Jesus latschen. Ja, dann habe ich gesagt, nur wenn ich ein Pferd kriegen kann, wäre auch reizvoll, aber nee, lass mal. Ja, also Spanien war ich noch nie. Ich habe immer wieder vorgeschwärmt bekommen von Barcelona, von Saragossa, von Toledo etc. Aber. Das habe ich alles schon gesehen. Das bin ich nicht. Es ist halt natürlich, ich könnte jetzt natürlich ganz ketzerisch über der Sand ins Getriebe streuen, indem ich sage, wenn wir da immer wieder uns ja auch gerne so mit Seiten hieben an der Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft abarbeiten, wie sinnvoll ist es da überhaupt so viel groß rumzureisen? Weil jede Reise birgt halt eben das Problem, dass man halt was gegen die Umwelt tut. Gerade jede Flugreise, Kreuzfahrten zum Beispiel erst recht, also Leute, die auf Kreuzfahrten gehen und mir von den Kreuzfahrten erzählen wollen, sage ich inzwischen schon. Ja genau, nichts für ungut, aber wer auf Kreuzfahrt geht, gehört für mich ans Knie getreten, weil das ist wirklich das, es ist genial zu, waren die veganen Kreuzfahrten, die mal zeitweise angeboten werden, es wurde kein Fleisch serviert und alles, die ganzen Klamotten waren fair trade. Von Zeit online vertrieben werden, wo dann über Nachhaltigkeit Meetings abhalten werden, auf dem Kreuzfahrten, wo du denkst, Alter, das Schweröl verbrennt, weil es ja nichts anderes wirtschaftlich ist, ne. Ja, also nee, es ist, meh. Nee, gut, aber Fliegen und Kreuzfahrten, oh ja, Chile, oh das, das, sehr gut, danke, 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 das haben wir auf der Liste, da habe ich nämlich so ein paar Freunde und Bekannte und das erwartet mich hoffentlich auch, also das ist unbedingt sehenswert. Wahrscheinlich haben wir alle in Chile irgendwelche alten Verwandten. Nee, aber ich würde halt, ich ja schon ein paar Mal, willkommen zu Hause, mein Lieber, nein, ich würde, ich würde es auch gerne mal, weil ich, ich habe es ja schon ein paar Mal angehört, ich würde ja mal gerne den Nationalfeiertag dort genießen, also erleben, einfach, einfach wegen dieses, der abgefuckten Art, wie die, wie die Chilenen halt preußinisiert sind, das ist, Nationalfeiertag in Chile, in Santiago de Chile wäre, glaube ich, Zeitreise ohne, ohne, ohne. Zeitmaschine, das würde mich schon mal reizen und die haben auch sehr gute Weine dort in der Provinz Mendoza zum Beispiel, so ähnlich wie in der spanischen Provinz Mendoza haben die verdammt leckere Weine und gutes Fleisch. Fleisch, also Fleisch, das wäre auch über Nachhaltigkeit und, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also, Santiago ist auch nicht erinnert, erinnert super an Wien, wieso, rennt ihr auch so ein bisschen, so ein bisschen, lehrig. Apropos Santiago und so, ne, ihr kriegt das mit, ne, was gerade so in der Türkei und der Umgebung gerade passiert, also, ich meine, ja, also, ich meine, das hört ja nicht auf, das hört ja nicht auf, gerade, ne, mit diesem Erdbeben, permanent, andauernd, alle paar Stunden, bis hin nach Rumänien, das ist, also, denkst du, what the fuck, das ist, ja, wollte ich nochmal sagen. Mal gucken, wie lange sich Erdbeben noch hält, bis die Fragen nach diesem 30 Milliarden Fonds da irgendwie zu brennen werden. Ja, nee, wir wollen jetzt nicht zu politisch werden. Sorry, war mein Fehler. Ja, oh, Chile ist toll, ja, hm, doch, ja. Ach man, ich träume gerade so für mich. Ja, ja, das tun wir alle. Also, super, boah, du scheinst echt ganz schnell herumgekommen, sozusagen, da bist du echt zu beneiden. Was erzähl, ich sehe gerade nicht, was, was. Und, und vor allem, die Hörerinnen werden es auch nicht sehen. Naja, er schrieb, Chile ist schön, kann ich nur empfehlen, weil Paradiso ist wirklich hübsch, Santiago ist auch nett, erinnert mich an Wien, das war ja das, vielleicht kann ich Argentinien empfehlen, dann schrieb er noch, Santiago und Wien haben ihre Prachtbauten so zum selben Zeitpunkt bekommen. Er schrieb auch, der Iran ist ganz nett, Süd-Süd-Afrika ist doch nett, schrieb er. Was, hat Südafrika? Südafrika, ja. Da zieht es mich jetzt null hin, aufgrund vor allem der politisch-sozialen Situation. Ja, 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 wobei das eben kulturell und gesellschaftlich bestimmt extrem interessant ist. Absolut. Ich meine, man muss sich vorstellen, dieses Land hat nach Jahrzehnten diese Apartheids-Scheiße zumindest offiziell abgeschüttelt und das zu erleben und zu sehen, das hat natürlich schon was, das muss man sagen. Okay, was hat er noch, Südafrika, was hat er noch? Er hat auch was über Portugal vorgeschrieben und so weiter. Dubai, geschrecklich schrieb er, ja, also er scheint viel herumgekommen zu sein. Toll, sehr, sehr toll, finde ich total gut. Also Menschen, die viel reisen, jetzt mal unabhängig von dieser Nachhaltigkeitsdebatte, wobei sollte man natürlich jetzt inzwischen auch ins Auge fassen, ist klar, aber ich finde es total gut, wenn Menschen viel reisen, wie auch immer sie das tun und damit, naja, es ist halt so plattformend. Und ich mag es nicht, das zu sagen, weil das so platt ist, aber es stimmt wirklich, je mehr Austausch und Kontakt und Berührung, also das ist unglaublich gut und finde ich total cool. Das Schlimme ist, das ist aber eine lokale Sache hier, ich habe den Eindruck, dass, also egal wie gern ich reise, egal wie gern ich andere Länder erkunde und wie gern ich auch länger Zeit dort mal verbringe. Ich bin ja im Moment auch mit meinem Onkel, meinem Vater wieder am Plan wegen Schottlandurlaub, das wird mit Sicherheit dieses Wochenende wieder spannend, wenn wir da uns zu einem Rumtasting treffen, weil wir da schon seit einer ganzen Weile in so einen Topf einsparen, um uns da mal so eine Schottlandtour zu leisten. Wahrscheinlich wird es zu unserer Lieblingsdestillerie gehen und dann werden wir da kleben bleiben oder sowas, weiß ich. Jedenfalls, auf was wollte ich raus? Fuck. Das kann ich ja nicht sagen. Es ging um Kontakt. Ah, nee, egal wie lang ich da außerhalb bin etc. pp. Immer wenn ich dann zurück nach Hause hier in den Südwesten komme, fühle ich mich nochmal so richtig, lerne ich das nochmal neu zu wertschätzen, wie schön es hier ist. Ja, aber das, wenn allein das ist, was dir Urlaub geben kann, um das zu wertschätzen, was du hast und was du nicht hast, das fromt dich ja als Mensch. Also wenn du die Armut siehst in vielen Ländern, wenn du die Probleme siehst in vielen Ländern, wenn du die klimatischen Bedingungen fühlst in vielen Ländern, keine Ahnung, all diese Dinge, die formen dich, um Sachen wertzuschätzen. Fließend Wasser, Alter, Toiletten, die funktionieren. Das war vor allem in der Zeit in Afrika, Westafrika, in Ghana so. Privilegierter Westeuropäer, da muss ich jetzt wieder ganz arrogant sagen, in so Länder reise ich halt auch nicht unbedingt. Die reizen mich nicht, ganz ehrlich. Das ist so bitter, wie es klingt, natürlich stelle ich mir da wieder ein Armutszeugnis aus, aber mich reizt das null, ich erkunde da lieber wieder so die Kultur. Jetzt habe ich eine Frage, die daraus hervorgeht, weil wir gerade über privilegierte Westeuropäer sprechen oder vielleicht überhaupt generell so privilegierte Positionen. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die sich das finanziell oder zeitlich, wie auch immer, gar nicht leisten können, die da überhaupt gar kein, nicht mal eine Millisekunde darüber nachdenken müssen. Das ist extremer Luxus. Ja, nee, also klar, das zum einen, aber zum anderen würde mich interessieren, wie könnten Menschen, denen das nicht möglich ist, aus welchen Gründen auch immer, ob es ökonomische Gründe sind oder gesundheitliche, was auch immer, wie schafft man es als Mensch trotzdem zu reisen? Also wahrscheinlich über Dokumentationen, über Bücher, über was ist da der beste Weg, um da irgendwie so nah wie möglich ranzukommen? Soll ich dir was sagen, Karol, das klingt jetzt wahrscheinlich auch wieder nach Stammtischparole, aber billiger landesweiter Nahverkehr. Ich glaube, während des 9-Euro-Tickets sind so viele Leute innerhalb Deutschlands gereist, weil es muss ja nicht immer Ausland sein, wie selten zuvor. Ich glaube, das ist es, weil also gerade die Hürde des Wohinkommens ist vor allem eines der großen Probleme. Das ist ja auch der Kritikpunkt, warum das 49-Euro-Ticket, was vielleicht mal irgendwie dieses Jahr kommen soll, alles nur Bullshit ist, weil das ist Makulatur. Aber nee, lass mal jetzt mal so den eigenen Dunstkreis, also die Bundesrepublik außen vor und stellen wir uns mal vor, es gibt Menschen, die würden gerne fremde, andere Länder sehen. Was könnte man denen empfehlen, wie die sich am besten rantasten? Habt ihr da irgendeinen Erfahrungsschatz, den ihr teilen könnt? Ja, Google Maps, Podcasts hören, Serien schauen, Filme schauen, Computerspiele. Für Zeitreisen gibt es inzwischen extrem viele Computerspiele, die einem das auch ermöglichen. Also ich habe jetzt gerade die Tage eine Folge von Geschichtsfenster nochmal geguckt, wo er sich mit dem Steinwallen zusammengesetzt hat und über Computerspiele gesprochen hat, die sie beide gerne in ihrer Jugend gespielt haben etc. Und ein Punkt, der mich da nochmal so ein bisschen erinnert hat, war, der André von Geschichtsfenster hat dann erwähnt, die Assassin's Creed Reihe, bei der ich auch das Erlebnis hatte, ich konnte ins Ausland reisen, in eine andere Kultur, natürlich alles mit Abstrichen und alles mit Vorsicht zu genießen. Und der Steinwallen war ja quasi einer der ersten deutschen YouTuber mit Gaming-Hintergrund, der zum Beispiel von Kingdom Come Deliverance die Originalschauplätze in Ratai und Sasau besucht hat und da mal geguckt hat, wie akkurat das Spiel zum Beispiel die Orte auch nachgemacht hat. Also es gibt Möglichkeiten durch Spiele sowas zu entdecken. Natürlich sind Computerspiele leider Gottes immer noch unverschämt teuer heutzutage, aber sehr möglich sind zum Beispiel zu einem gewissen Grad. Und ansonsten, deswegen schätze ich zum Beispiel auch dieses James May are Man in Japan. Ich habe das Gefühl, ich habe von Japan erstaunlich viel kennengelernt durch so eine Serie. Das kann nicht jede Doku, definitiv nicht, aber das ist zum Beispiel eine. Oder auch, so blöd wie es klingt, aber auch die Grand Tour oder Top Gear. Ich muss ganz, man kann ja den beiden Sendungen vieles vorwerden. Es sind Autosendungen, gerade Top Gear war ja immer so ganz offensichtlich so von den absoluten Motorheads geliebt, weil sie halt... Bezügel im Blut. Ja, aber da hast du teilweise in vielen Folgen erstaunlich einfühlsam. Also nicht immer, aber oft genug. Klar, wenn sie natürlich nicht nach Albanien gefahren sind, dort irgendwie Rennen gegen die albanische Mafia irgendwie nachgespielt haben oder sowas. Aber da hast du auch Sachen kennengelernt, wo du auch so, natürlich stark runtergebrochen, aber so ein paar quintessentielle kulturelle Versatzstücke kennengelernt hast. Fand ich eigentlich irgendwie spannend immer. Was mir, das geht ungefähr in diese Richtung, eingefallen ist, weil du vorhin sagtest, du würdest gerne nach Nordamerika reisen, geht sicher vielen so und viele haben dann auch Berührungsängste und so und keine Ahnung. Was ich gerne mache, selten, viel zu selten, aber gerne mache sind, es gibt ja nun auf YouTube, also ich bin kein großer YouTube-Freund, muss ich ganz offen sagen, weil ich finde, YouTube ist einfach eine riesengroße Müllhalde. Man muss ziemlich lange wühlen, um wirklich sinnvollen, schönen Content zu finden. Aber es gibt eben doch eine ganze Menge von diesen, wie heißt denn das, diese POV-Videos, wo die einfach ihre Kamera auf den Kopf schnallen oder so. Und dann laufen die eben stundenlang zum Beispiel durch New York City oder durch, und das hat ein bisschen was. Es klingt jetzt ein bisschen zynisch, Menschen zu empfehlen, ja, wenn ihr nicht reisen könnt, dann guckt euch halt auf YouTube irgendwelche Videos an. Was ich damit meine ist, man kommt der Sache zumindest relativ nah, weil es auch fernab ist von irgendwelchen Inszenierungen, sondern die laufen eben wirklich einfach, keine Ahnung, von A nach B. Und du hast so ein bisschen das Gefühl, wie es da gerade jetzt, nicht gerade, also wie es zu dem Moment da ist, wie das Wetter ist, wie die Leute und so. Also das mache ich sehr gern, das ist ganz hübsch, wenn man bestimmte Orte besuchen möchte, die doch viel zu weit weg sind oder man kann es nicht leisten. Das hat mir oftmals über dunkle Stunden geholfen, wenn man sich dabei noch irgendwie so einen Hotdog reinzieht oder so einen Cheesecake und dann New York-Videos, POV-Videos guckt. Ja, so mache ich das manchmal. Aber mit einem Blick auf die Uhr würde ich jetzt und meinen Gesundheitszustand und Floßmüdigkeit und bei Karol finden wir auch noch was, würde ich mal langsam in Richtung dem letzten Viertel oder so gehen. Was ich auch noch sagen kann, das mag jetzt auch irgendwie unpassend klingen, aber Urlaub muss nicht immer teuer sein. Also man kann in Europa unglaublich günstig reisen, in Deutschland geht es geht. Es ist mühsam, es ist nicht immer wie zu Fuß oder mit dem Fahrrad, meinst du, oder wie? Naja, aber mit ein bisschen Planung, mit ein bisschen Feuerbuchen kann man zum Beispiel mit Flixbus irgendwo hinfahren. Also ich habe das jetzt wahrgenommen, meine Frau kommt ja aus Russland und die genießt es momentan in Europa zu reisen und sagt, es ist so unglaublich günstig hier von A nach B zu kommen, wenn man das vorher plant als Urlaub. Ja, natürlich, definitiv und dadurch eben günstiger, also alles viel, viel näher und man kann eben dann doch ein bisschen was machen. Also natürlich gibt es immer noch Menschen, deswegen sagte ich, vielleicht klingt es jetzt ein bisschen falsch, die sich auch das nicht leisten können, aber wir sind in Deutschland immer noch in einer Situation, dass sich dann doch noch manche Menschen das zum Glück leisten können. Vielleicht nicht eben den trölfzigsten Stern in Dubai, sondern eben mit einem Flixbus nach, keine Ahnung, was fällt mir jetzt ein? Mailand. Ja, ich wollte jetzt eine günstigere Stadt suchen. Okay. Ja, also Genua, keine Ahnung, Prag, Prag, ja, Flo Berlin, so. Wobei Prag, beziehungsweise eine Sache, da muss ich kurz noch ein bisschen ein Rant loswerden. Da liegt es gegen, hey, was hast du? Warte, eine Sache, die günstiges Reisen, oder was? Nein, ich habe kein Problem mit die Tschechen, ich habe ein Problem mit Airbnb. Also ja, Airbnb ist das Schweineballen, dieses große. Gerade was zum Beispiel Prag angeht, du hast so viele Orte in Europa, gerade auch alte Orte. Wo du dieses authentische kulturelle Leben gar nicht mehr erleben kannst. Ja, nee, das stimmt. Weil da dermaßen diese Kleinst-Airbnb-Betriebe, die eigentlich gar nicht von einzelnen Privatpersonen, sondern wirklich von teilweise großen Konglomeraten und Betrieben, also von Großkonzernen quasi geleitet werden, da eben die Städte regelrecht entvölkert haben. Und das ist so eine Sache, weil ich habe irgendwie die Angst gehabt, dass jetzt gleich noch kommt, ja, wenn man günstig reisen will, es muss ja nicht immer auf einem Sternhotel sein, es kann ja auch ein Airbnb sein. Guckt euch bei den Airbnbs das ganz genau an. Adam Something hat da wunderbares, hitziges Video dazu gemacht. Der Sven, der euch irgendwie, oder keine Ahnung, der wahrscheinlich Karol eventuell, der euch da in Prag, also nicht unser Karol, ein anderer Karol, der euch da in Prag das Apartment irgendwie gibt von Airbnb. Der wohnt nicht in dem Apartment, sondern der vermietet quasi 25. Das heißt nicht Karol, das ist tschechisches Karol. Ah, okay, der Karol, der vermietet 25 andere Airbnb-Läden im Auftrag von irgendeinem Großkonzern, der da irgendwie Geldwäsche oder sowas betreibt. Und wenn er dann irgendwie an einem Sonntag durch die Stadt läuft, seht ihr niemanden dort, weil einfach niemand da mehr wohnt. Das ist übrigens auch generell ein Problem, ne? Das ist ein Aspekt, den man vielleicht mal kurz erwähnen sollte. Vielen ist es bekannt, diese Ferienwohnungsgeschichte, insbesondere eben durch Airbnb, genau, Gentrifizierung. Also die Wohnungsnot wird dadurch noch viel, viel schlimmer. Paradebeispiel ist ja Berlin, ne? Berlin hat ja wirklich explizit untersagt, dass Airbnb oder Ferienwohnungen an sich so auf dem Markt angeboten werden dürfen. Und wenn, dann eben nur mit Erlaubnis und Pipapo. Und das geht ganz vielen Städten so. Also selbst in Dresden sind die inzwischen schon drauf und dran, das irgendwie alles so ein bisschen einzudämmen, was auch wirklich Sinn macht. Weiß ich nicht, was dagegen zu machen. Ja, ja, ja. Oder können es nicht. Aber das Problem werden wir heute auch nicht mehr lösen. Ich würde jetzt noch zum Abschluss einen ganz kurzen Erfahrungsbericht abgeben. Quasi das neben, was ich die Folge angefangen habe, nämlich mit dem Ausgreifen nach Marokko. Also ich habe mir angeschaut, Fez, Casablanca und Marrakesch. Eben mit der Bahn, also wir sind nach Fez geflogen, nicht mit der Bahn, das wäre dann doch ein bisschen arg schwierig gewesen. Und dann von Marrakesch zurück. Wenn man sich nur eine Stadt in Marokko von diesen drei anschauen möchte, dann würde ich sagen, schaut euch Fez an. Es ist die unbekanntere Stadt. Es ist die ruhigere Stadt. Es ist die grünere Stadt. Ja, und in der Nähe ist Normägnis. Da waren wir jetzt nicht, aber das lohnt sich definitiv auch noch anzuschauen. Es ist auch eine alte Königsstadt. Casablanca, wenn wir gerade eben bei dem realen Leben waren, Kau. Wir sind einmal durch die Altstadt gelaufen, durch die Bediener. Das war das einzige Mal, dass wir wirklich angeschaut worden sind, so mit großen Augen, was macht ihr denn hier? In Marrakesch und Fez ist es halt ganz normal. Gerade in Marrakesch, aber auch in Fez, dass halt in Anführungszeichen weiße Touristen da drum laufen. Ganz normal. Aber in Casablanca war das schon etwas Besonderes. In Anführungszeichen Besonderes. Also Ungewöhnliches ist das bessere Wort in dem Kontext. Aber Casablanca hat auch nicht so viele historische Sehenswürdigkeiten zu bieten. Und deswegen waren wir ja eigentlich auch in dem Land, um uns die ganzen alten Sachen anzuschauen. Waren aber auch nur einen Tag dort. Wobei die Moschee natürlich, die Hassan II. sehr beeindruckend war. Fez ist die älteste erhaltene historische mittelalterliche Altstadt der Welt. Nicht die älteste, die am meisten. Die größte, das war das Wort, was ich suchte. Also die komplette Medina ist noch erhalten. Super interessant. Und es gibt halt super viele kleine Riads oder Dar's. Das sind so kleine Gasthäuser. Wunderschön innen drin. Und da lohnt es sich auch dann immer einzukehren. Und gutes Essen natürlich. Ja, aber mich hat es dann auf den Rückflug erwischt. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, legen wir uns einmal ins Bett so ungefähr und kurieren die Krankheit aus. Ja. Habt ihr noch irgendeinen Einwurf? Schöner Cliffhanger, weil ich glaube, wir müssen da wirklich nochmal eine Folge drüber machen über Marokko, würde ich sagen, oder? Wenn du das möchtest, klar gerne. Ja, schon, doch. Also das war mir jetzt ein bisschen sehr dünn und wenig. Aber ich will dich jetzt auch nicht allzu sehr strapazieren. Haben wir außer bei meinen Barbaresken schon viel über die Marokkaner bisher? Wir hatten die mittelalterlichen Dynastien. Ah ja, okay. Da warst du noch nicht da, die ist schon sehr, sehr, sehr alt. Das war immer witzig, wo die dann anfingen. Ja, und ich könnte hier die Almorabiden. Ich weiß. Warum weißt du das denn? Ja, gut, ich bin Historiker. Ja, und auch mit mittlerer Osten. Ich kenne mich ein bisschen aus. War aber ganz angenehm, weil ich eben doch meistens wusste, von welchen Typen da die Sprache ist, wenn da irgendwas auf den Infotafeln standen. Und ich meine, mit meinem bruchstückhaften Arabisch konnte ich mich auch ein bisschen dort zurechtfinden. Öffnet da natürlich Tür und Tor, wenn man zumindest so ein bisschen mit den Leuten... Ja, auf jeden Fall, klar. Ob dann plötzlich die, oh, ein Europäer, der arabische Wörter kennt, oh, krass. Und mehr als Schuhklan. Ja. Schön. Ja. Aber ich weiß nicht... Das ist auch noch blond. Wie viele Kamele hätten die für dich geboten? Oh ja. Sorry. Oh ja. Ja. Ich weiß gar nicht, weil du jetzt sagst, noch eine eigene Folge. Naja, vielleicht irgendwie eine vor einer Plauderstunde nochmal oder so. Weil ich finde das doch schon irgendwie, ich würde gerne mehr erfahren. Ja, irgendwie, irgendwann. Ja, kann ich gerne dann machen. Dann kann ich gerne erzählen, was wir besucht haben und so weiter. Wenn das gewünscht ist. Könnt ihr ja mal hier in die Kommentare schreiben oder so. Oder auf den Discord-Server. Auf YouTube, hier unten, unten, die Kommentare unten. Und drückt aufs Glöckchen wegen Abonnieren und so. Okay. Wir bringen es noch dem Lehrmeister Yoda danken, weil der hat nämlich jetzt zum 17. Mal gerade hier Abonnungen. 17 Mal. Bedanken wir uns tun bei dir. Genau. Ja, danke. Radios, das ist. Ja. Gut. Und damit würde ich sagen, wünschen wir euch eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Tag. Und die letzten Worte gehören wie immer, Karol. Und Dank, sei gesagt, an Roman, Franziska und Jürgen für die monatliche Unterstützung über co-vieh.com. Und an Sebastian für die monatliche Unterstützung ohne co-vieh.com. Ja, also dann, liebe Leute, reist ein bisschen jetzt in den Träumen, wann auch immer ihr das hört und berichtet uns gerne, wo ihr wart, seid, sein werdet. Ja, vielleicht, was eure Wunschziele für den nächsten Urlaub sind. Ich bin gespannt. Bis dahin. Auf Wiederhören. Bye, bye. Tschö, tschö.